Spielregeln, dieses Gegeben-Gesucht-Formel erkläre ich anhand eines einfachen Beispieles. Gesucht ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Wie viel Meter hat ein Lichtjahr? Das Ergebnis ist hier. Um die Rechnung geht es nicht, sondern um Spielregeln. Zuerst mal die alles in SI-Einheiten umrechnen. Also gegeben hinschreiben, dann Meter pro Sekunde ist schön, das ist eine SI-Einheit. Ein Jahr ist keine SI-Einheit. Das muss nochmal die Zahl der Tage, der Stunden und Minuten und Sekunden umgerechnet werden. Und dann habe ich SI. Die Sekunde ist wieder eine SI-Einheit. Nächster Schritt, alle Formeln hinschreiben, die in Frage kommen. Bei uns ist das jetzt einfach Geschwindigkeit, ist Weg durch Zeit. Das ist unsere Formel. Man macht lieber eine Formel zu viel als eine zu wenig. Alles, was irgendwie passen könnte, hinschreiben. Nächster Schritt, erst auflösen. Also hier mal T machen, damit hier X ist gesucht und jetzt wird nach X aufgelöst. Manche wollen hier schon die Zahlen reintun und dann irgendwie auflösen und dann wird es sehr unübersichtlich. Und das will ich nicht. Und deswegen hier erst auflösen, dann im nächsten Schritt einsetzen. Beim Einsetzen die Einheiten nicht vergessen. Hier habe ich Meter pro Sekunde, hier habe ich Sekunde. Also Einheiten nicht vergessen. Das finde ich jetzt nicht so schön, das ist aber legal. Nämlich hier bin ich, wenn ich hier habe, X ist gleich und dann nur die Zahlen habe und am Schluss Meter. Ist okay. Das ist schön. Aber eigentlich ist es netter so, aber das andere geht auch. Nächster Schritt. Das Ergebnis auf geltende Ziffernrunden. Und diesmal die Einheit wirklich nicht vergessen. Die ist wichtig. Also eine Einheit, zwei Ziffern, weil hier zwei Zahlen, zwei Ziffern da sind. Das eine Jahr ist ein bisschen unklar, wie genau das gegeben ist, aber mit zwei Ziffern kommt man zurecht. Also nicht dieses ungerundete Ergebnis hinschreiben. Also was man braucht. Ich habe hier noch andere Videos verlinkt. Was sind das I-Einheiten? Was ist die Gleitkommadarstellung? Und diese Vorsätze, dieses Mikro und dieses Nano und so. Das braucht man als Grundlage. Und hier nochmal die geltenden Ziffern erklärt. Und man kann die Megakilo und so hier nochmal in so einem Test durchtesten. Und das sind Grundlage für jede Prüfung.